Hallo Leute, hier ist der Fahrer. Und zwar habe ich ein neues Online-Game gefunden, Browser-Game, und zwar ist das Dragon Ball Z. Ja, ich muss sagen, ich bin wirklich ein kleiner Dragon Ball Z-Fan gewesen, beziehungsweise bin ich immer noch, von daher habe ich mich mit hier angemeldet. Ich finde es eigentlich recht nice, ja, also momentan, ich muss mich noch ein bisschen neu eingeladen, bin momentan hier Level 6, und ich muss sagen, es ist eigentlich richtig, richtig gut. Gut, es ist ein richtiger Unterschied zu Shakes & Fidget, ist ganz klar, aber hier ist, der richtige Vorteil ist, man geht hier am Tage arbeiten, ja, also sprich, du kannst, du musst nie stundenlang vor dem Laptop oder Rechner oder sonstiges warten, sondern du kannst einfach, du gibst ein den Tag und kannst nebenbei nochmal ein paar Kämpfe machen, ansonsten nach 0 Uhr ist das ganze Zauber vorbei, ist der Tag rum, und da hast du deinen Training und alles weggemacht. Also ich finde es richtig gut, auch nice, es gibt auch sehr viel Hilfe hier, und zwar kannst du hier verschiedene Kämpfe machen, und so, wir wollen jetzt gerade den Vegeta-Boss machen, uns fehlt zwar noch ein Mann, aber es ist erstmal egal. Was das zweite Besondere mit hier ist, es ist umsonst, ja, also hier gibt es kein Pay to the Win, ja, also sprich, du musst hier wirklich Leistung bringen, trainieren, 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 damit du hier weiterkommst, und musst nichts bezahlen, ja, was der kleine Nachteil hier ist, hier kommt sehr viel Werbung, aber, ähm, die Seite finanziert sich dadurch, und das, äh, finde ich richtig super, ja, auch wenn es ein bisschen stört, die Werbung, ab und zu, man kann sie wegklicken, und trotzdem, äh, du, es ist kostenlos, ja, und ich bin richtig begeistert, und würde mich freuen, wenn noch, äh, andere Leute sich mit suchen würden, ich könnte dann auch einen Clan erstellen hier, DBZ-Kämpfe und so alles, je nachdem, wer Lust und Laune hat, ja, also ich finde es richtig nice, und werde in den nächsten Tagen hier mal ein bisschen weitermachen, ähm, wie der ganze Zauber hier passiert, und jetzt, ja, genau, jetzt, Leute, jetzt haben wir hier den Kampf gegen Vegeta, es ist einfach gemacht, muss ich ehrlich mal sagen, aber, ähm, es macht Spaß, ja, es macht Spaß, und, ähm, ich finde es richtig, äh, interessant, manchmal dauert es ein bisschen hier mit den Ganzen, aber, äh, es ist mir egal, ja, wir haben, ähm, ich habe genügend Leute hier, äh, die mithelfen würden, den ganzen Spaß, und denke mal, es geht hier voran, okay, wir sind drei besiegte Leute, haha, finde ich ganz lustig, aber egal, ja, mal gucken, ob wir den jetzt noch schlagen werden, ob ich da, äh, ob das mit dem Video aufkommt, oder nicht, aber wie gesagt, es dauert manchmal, ähm, ähm, weil die Leute sich jetzt noch, äh, raussuchen, äh, was einstellen müssen, oder, ob da sie nicht gerade da sind, aber es ist egal, also, also, mir macht es richtig, äh, Spaß, hier seht ihr gerade wieder eine Werbung mit rein, obwohl ein Kampf ist mit ist, äh, es passiert, ja, den Adblocker, denn, das funktioniert nicht, und wir haben, der Kampf ist vorbei, definitiv, und wir haben den Kampf verloren, leider, leider, ja, da muss ich dann nochmal nachfragen, warum wir den verloren haben, äh, okay, hm, war doch ein bisschen zu schwer, der ganze Spaß, aber egal, egal, Leute, ähm, wer Lust und Laune hat, mal mit drauf zu gehen, ich werde das mit verlinken, und mal sehen, ob ihr dazu Lust und Laune habt, und dann könnten wir ja nochmal reden hier drüber, ja, ich bin der Fahrer, und vielleicht habt ihr Interesse mit daran gefunden an Dragon Ball, bis dahin, ciao, ciao,